Ihr habt sicherlich im Titel gesehen, ich quitte EAFC24 und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie, warum, hä, verstehe ich nicht. Und genau aus diesem Grund präsentiere ich euch gleich noch eine längere Szene aus dem Stream, wo ich genau erkläre, aus welchen Gründen ich, sag ich mal, diese Entscheidung getroffen habe. Und am Ende erkläre ich euch dann natürlich noch, wie es weitergeht, mit welchen Games es weitergeht, denn es wird weitergehen, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn ihr während des Videos das Gefühl habt, dass ihr trotzdem weiter dabei sein wolltet oder wenn ihr gerade neu dazustoßt und weiter dabei sein wollt, vor allem basierend auf den neuen Spielen, die wir dann spielen und wie generell das Content-Konzept dann aussieht, dann kannst du natürlich gerne auch direkt ein Abo bei YouTube da lassen, dann verpasst du kein weiteres Video, kein Livestream mehr und lass natürlich auch gerne ein Follow bei Twitch da, denn dort werde ich dann natürlich auch live sein und checkt natürlich auch gerne die anderen Kanäle in der Videobeschreibung ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Erklärungsszene rein. Leider aber auch der letzte Stream, basierend auf EAFC24 auf diesem Kanal, denn ich werde zu EAFC keinen Content mehr machen, weil, ihr habt sicherlich schon gemerkt, ich denke, der erste Hinweis, sag ich mal, darauf war schon, eigentlich für mich war es schon Ende FIFA 23, wo halt generell TOTS und Co. rausgekommen ist, aber generell ist es immer ein Ende von einem FIFA-Teil, sag ich mal, ein bisschen zäh gefühlt, weil Sommer ist und Co. eh nicht mehr so viel am Start sind und mir das Game FIFA 23 damals zum Ende auch einfach nicht mehr wirklich gefallen hat. Und dann indirekt natürlich dann die Hoffnung, neuer FIFA-Teil bzw. ein EAFC mit Branding und Co. Änderungen und den Vorstellungen ging ein bisschen natürlich wieder der Hype los. Und dann war indirekt, ihr könnt alles nachschauen, ist ja dokumentiert, schaut euch einfach vor allem zum Ende hin von EAFC Early Access Streams an, da habe ich schon indirekt gesagt, dass, sag ich mal, das Game mir da schon nicht wirklich gefallen hat, beziehungsweise habe ich halt oft vor allem, was mir hier nicht gefallen hat, ich habe gesehen, selbst in der Early Access-Phase, wo das Game ja neu rausgekommen ist, dass ich da schon gesehen habe, extrem viele Fehler, die in FIFA 23 mich am Ende schon genervt haben, waren immer noch enthalten, teilweise ein bisschen korrigierter, aber da dachte ich mir schon, wenn schon so eine Fehler und gleiche Fehler im neuen Spiel sind und wir gerade mal am Anfang sind, hatte ich schon so im Hinterkopf, uh, ob dieses Game so in die richtige Richtung geht, war ich mir da schon extrem am Zweifeln. Und dann, wie gesagt, ging es halt los und Co., du musstest dich erstmal reinfinden und Co. Ähm, und ich habe das Game dann halt gezockt, klar mit euch auch, habe Content und Co. dazu gemacht und vor allem dann, habt ihr auch mitbekommen, könnt ihr auch schauen, ich rate euch, wenn ihr dazu mehr Einblicke haben wollt, schaut euch Livestreams von Ende November, Anfang Dezember an, da wisst ihr ungefähr grob, was in mir abging, was ich auch im Stream dann geäußert habe, wo ich mir auch, ähm, wo ich teilweise auch Angst, vielleicht auch hatte, es im Stream zu teilen, weil ich wusste, ähm, dass es für den Kanalwachstum eventuell nicht so förderlich ist, wenn ich selbst im Game halt, sag ich mal, Sachen anspreche und viel Wage, so nach dem Motto, was an EFC, dem Game an sich, ein bisschen falsch gelaufen ist, und wie gesagt, schon von Anfang an, und ihr habt es dann auch gesehen, ähm, dass ich komplett mental down, teilweise war, teilweise sogar schon nach den ersten zwei, drei, bis fünf Games, vor allem in der Weekend League dann, ähm, und es gab auch, ich weiß jetzt nicht genau, welche, welche Streams, welche Weekend Leagues das waren, aber wir haben teilweise relativ gute Weekend Leagues vom Ergebnis, von der Bilanz her gespielt, aber, vom spielerischen Spaß in dem Spiel war ich meilenweit entfernt, und das hat mich extrem zu denken gegeben, vor allem denn, das war das beste Beispiel, das war letzte Woche, bin ich der Meinung, letzte oder vorletzte Weekend League, die wir gespielt haben, hatte ich das Gefühl, dass ich spielerisch, nur vor meinem spielerischen Können, eine der besten Weekend Leagues überhaupt in EAFC gespielt habe, und im Umkehrschluss kam am Ende aber die schlechteste Bilanz raus, ich glaube, 11 Siege haben wir am Ende geholt, und, das hat mich noch mehr zum Nachdenken gebracht, wie gesagt, und ich, ich weiß, dass ich spielerisch in EAFC 24 auch gefühlt nie reingefunden habe, und mich auch nicht wirklich verbessert habe, so nach dem Motto, das muss ich sagen, das ist die eine Sache, dass ich auch nicht deutlich weg von meinem spielerischen Grundniveau war, vor allem, dass ich aus FIFA 23 und letztlich auch die vorigen FIFA-Teilen kannte, das ist meine Sache, und das nehme ich mir auch, sag ich mal, zu Herzen, und weiß auch, dass ich da nicht auf der Höhe war, spielerisch vor allem, und die schwierigste Zeit, glaube ich, war, und wo indirekt das Ganze auch schon ein bisschen auf der Kippe stand, war diese, so die letzten zwei November-Wochen, glaube ich, bis Dezember, wo ich ja dann in dem Fall sogar glücklicherweise, ja, in Urlaub gefahren bin, so nach dem Motto, und deswegen Abstand von dem Game gewinnen konnte, weil zu diesem Zeitpunkt, Ende November, Ende November, Anfang Dezember, schau dich gerne die Streams und Co an, dann werdet ihr sehen, was da abging, da war ich wirklich von dem Game so mental und auch emotional fertig, dass teilweise vor, bevor ich in den Stream reingegangen bin, mir teilweise schon gesagt habe, warum tue ich mir das überhaupt an, für meine mentale und emotionale Gesundheit, wenn ich mir, nicht Tag für Tag, aber sechsmal die Woche Livestreams, also in Livestreams gehe, im Game zocke, wo zum Großteil am Ende ich mental komplett erschöpft bin und ihr habt teilweise oft die Leere im Stream gesehen, wenn ich immer leiser wurde und nichts mehr gesagt habe, das habt ihr auch oft gemerkt, weil ich war so emotional down, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte und mental down, weil ich konnte mir nichts mehr erklären, wie einerseits ich so auf jeden Fall so weit weg von meinem spielerischen Niveau war und dass die Wähler, die schon die ganze Zeit da waren und nur teilweise behoben wurden, sag ich mal, deutlich sichtbarer wurden, wenn das Spiel schneller wurde und natürlich mehr und mehr Karten rauskommen, die eh bessere Werte haben und deswegen generell alles nochmal schneller läuft und Co. Ja, da hat sich halt viel aufgestaut und dann nach dem Urlaub also im neuen Jahr haben wir dann nochmal ich glaube eine ich glaube eine Weekend League gezockt beziehungsweise die Woche gezockt und für mich indirekt war diese Woche an sich auch eher nur nochmal so eine Testwoche weil ich einfach checken wollte ob vor allem nach dieser Auszeit ob ich wiederkomme und mir das Game keine Ahnung aus irgendeinem Grund wieder Fun macht am Anfang ging es weil wir relativ schnell in Division Y vorangekommen sind und ich auch ein bisschen besser gespielt habe als sonst bin ich der Meinung aber letztlich lag es auch daran dass wir ich glaube bis in Division 6 abgestiegen sind und deswegen die Gegner auch ein bisschen einfacher waren und dann in der Weekend League halt nicht so prägend lief und dann genau am letzten Montag wo der letzte Stream war da war ich halt auch komplett durch dann da war ich dann komplett durch und in dem Moment glaube ich wusste ich ich muss irgendwas ändern ich muss irgendwas ändern weil so kann es nicht weitergehen und ich weiß dass die Sache also die Veränderung die ich jetzt eingehen werde auch wie ich schon sagte auch damals in den Stream ich teilweise Sachen gesagt habe natürlich einerseits aus Rage aber auch teilweise weil es mir halt aufgefallen ist und ich an sich auch aussprechen wollte ähm dass es an sich nicht so positiv für meinen Wachstum auf YouTube sag ich mal ist wenn ich gewisse Sachen im Stream äußere ähm aber ehrlich gesagt habe ich es halt ehrlich gesagt so und das ist meine Meinung ihr könnt natürlich auch eine andere Meinung haben und ja ich muss gerade noch zur Minute nur die Stürmerpacks ziehen aber nur Winnie Gold na immerhin Winnie ist aber auch gar nicht im Totti ne ähm ja ähm deswegen wird sich hier halt ändern Content Alright wie gesagt aber wir haben noch natürlich heute das Totti Pack Opening zum Abschluss wir werden gleich noch Squad Battles Rewards auch noch öffnen ich weiß gar nicht mehr warum wir überhaupt Squad Battles Rewards hatten aber haben wir anscheinend und dann ist das und dann ist das so und dann ist das sozusagen der glorreiche Abschluss und dann werde ich danach wahrscheinlich nochmal sagen ähm in welche Richtung es denn weiter geht und ich weiß dass viele es vielleicht auch nicht verstehen werden und indirekt mir virtuell den Rücken kehren was ich auch verstehen kann und ist in Ordnung aber gefühlt für meine mentale und emotionale Gesundheit muss ich da einen Schlussstrich ziehen so da ihr jetzt wisst warum wir sag ich mal mit IAFC Content aufhören wird es Zeit sag ich mal darüber zu reden was an sich jetzt für Content kommt und zwar werden wir uns auf zwei Games fokussieren Mobile Games in diesem Fall das heißt wir gehen in die Mobile Games Richtung und das erste Game wird Clash of Clans sein denn das erinnert mich vor allem an meine Schulzeit denn da habe ich Clash of Clans wirklich totgesuchtet sag ich mal und allein weil das so ein Vibe ist wo ich wieder Bock drauf habe werden wir auch Clash of Clans und zwar dann auch von neu starten und nicht mein altes Dorf weiterführen weil einfach diese Neuanfangsenergie jetzt durch den Break mit IAFC 24 hin zu neuen Games ist dass wir wirklich dort nochmal von Grund auf von Null auf unser Dorf aufbauen werden und es dann eine Let's Play Reihe Clash of Clans geben wird und das Ganze wird dann immer im Livestream Montag und Dienstag werden wir eine Clash of Clans Let's Play Livestream Serie machen wo wir sozusagen Stück für Stück live unser Dorf Stück für Stück weiter aufbauen und dann werde ich daraus am Sonntag denn so eine Highlight Let's Play Clash of Clans Folge hochladen für alle die sag ich mal die nicht genug Zeit haben sag ich mal im Livestream die ganze Zeit dabei zu sein dass sie trotzdem noch eine kompakte Version des Let's Plays in einer Videofolge sehen können und das wird dann am Sonntag erscheinen auf dem Kanal und das zweite Game auch mobile auf diesem Kanal ist natürlich auch ähnlich zu Clash of Clans ist Clash Royale ich denke viele kennen es vor allem die von Clash of Clans angefangen haben irgendwann als ein Clash Royale veröffentlicht wurde ist man sag ich mal irgendwie notgedrungen rüber gespottet und letztlich hat dann später auch Clash of Clans viele Charaktere aus Clash Royale in Clash of Clans wieder überführt so dass vielleicht auch viele da am Start sind und deswegen werden wir auch Clash Royale von 0 auf nochmal neu beginnen und dort auch eine Let's Play Serie machen und dort werden wir sozusagen im Livestream am Donnerstag und am Freitag jeweils denn Clash of Clans Let's Play Road to the New Age starten und dort könnt ihr natürlich dabei sein und wie auch bei Clash of Clans werde ich dann am Donnerstag am Vormittag am Donnerstag wahrscheinlich denn ebenfalls eine Highlight Let's Play Clash Royale Folge veröffentlichen für diejenigen die halt nicht die Zeit haben im Stream dabei zu sein dass sie in kompakter Form und Art und Weise das Let's Play auch verfolgen können wie gesagt ich bin wirklich gespannt vor allem von Neuaufbeginn bei beiden vor allem da es ja schon jetzt glaube ich 10 Jahre her ist sag ich mal wo es das letzte Mal wirklich aktiv Clash of Clans gespielt hat und Clash Royale ist bestimmt jetzt auch schon 6-7 Jahre her und bis dahin hat sich halt vieles verändert und ich muss es teilweise auch nochmal selbst lernen aber irgendwie habe ich darauf halt Bock und was mich natürlich auch freuen würde wenn wir eventuell gemeinsam starten dass ihr Clash of Clans bzw. Clash Royale auch am Anfang runterladet und sozusagen nebenbei ebenfalls mit rein startet so dass wir als Community sag ich mal zusammen auch eine Art Let's Play machen können und später natürlich wenn dann Clans und Co ins Spielgeschehen eingreifen dann können wir natürlich als Community im Clan auch zusammen sag ich mal Erfolge feiern und dann wird der Livestream generell das Let's Play nochmal besser werden weil ihr indirekt dann noch ein zusätzlicher Teil auch der Folge sein werdet also also fühlt euch gerne dazu bereit einfach mal mit einzusteigen und mit anzufangen wenn ihr natürlich Bock drauf habt ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und viele fragen sich jetzt eventuell warte mal das sind ja jetzt eigentlich nur vier Tage Livestream und EFC hatten wir ja sechs Tage Livestreams am Ende und Livestream an sich ja auch der Hope Content auch jetzt in Clash Royale und Clash of Clans wie schon in EFC 24 war und ihr sagt ja Moment mal es sind ja jetzt nur vier richtig denn wir haben immer noch sechsmal Livestreams und zweimal davon werden wir eine Art Fun Livestream Day machen und zwar da wird es so sein dass ich entweder am Anfang der Woche das muss ich noch herausfinden eine Umfrage auf dem Community Tab mache oder wenn wir dann in den Livestream gehen eine Umfrage machen welches Game wir denn im Stream zocken wollen aus Fun sag ich mal und ich denke Fortnite wird wahrscheinlich eine Rolle spielen ähm und auch wenn ich da noch total unerfahren und Co bin kann es halt im Fun Stream dann eine Variante sein dass wir einfach Fortnite auf Fun zocken und dann halt auch eventuell in der Community zusammen und das wird dann sozusagen Mittwoch als auch Samstag der Fall sein und nochmal um klarzustellen wir werden natürlich dann auch nur Games zocken die Free vorfügbar sind also nicht dass ich nochmal extra Game kaufe sag ich mal aber es kann sowohl auf PS5 als auch auf Mobile Game sein was wir denn zocken könnten und eventuell aus Fun könnte man eventuell nochmal FC24 spielen aber dann wahrscheinlich irgendeinen anderen Modus entweder Karrieremodus Pro Club oder sowas aber ich denke nicht nochmal Ultimate Team und noch ein bisschen schonmal als Vorweg Spoiler Punkt ich werde wahrscheinlich auch bald Mitgliedschaften auf meinem Kanal veröffentlichen sodass ihr sag ich mal noch ein näherer Teil der Community seid und nochmal extra Goodies sag ich mal und Vorteile bekommt und je nachdem sag ich mal auf welche Stufe sag ich mal ihr euch denn committet und das schon mal im Vornherein also würde mich freuen wenn ihr dann auch später auch Mitglieder auf dem Kanal werdet aber dazu werde ich später denn wenn es soweit ist natürlich nochmal ein Video an sich selbst veröffentlichen aber nur dass ihr schon Bescheid wisst dass ebenfalls das in der Hinterhand ist und ich mich freuen würde wenn ihr denn dort sag ich mal auch ein bisschen Geld investiert um dort halt mehr Einblicke und mehr Vorteile zusätzlich zu bekommen Gut und das war sag ich mal jetzt auch das Ende dieses Ankündigungsvideos ich weiß das war teilweise heavy eventuell seid ihr noch im Schock also atmet nochmal tief durch und wenn ihr euch das nochmal überlegt beziehungsweise neu sein solltet und generell vielleicht auch Fan von Clash of Clans und Clash Royale sein solltet oder einfach nur Fun habt zu den Funstreams dann später vorbeizukommen dann könnt ihr natürlich direkt ein Abo dalassen bei YouTube dann verpasst ihr kein Video kein Livestream mehr teilt gerne den Stream falls ihr Freunde habt die Clash of Clans Clash Royale suchten und deswegen dieser Kanal für sie interessant sein könnte lasst natürlich gerne ein Like da wenn ihr generell die Veränderungen eventuell euch gefällt beziehungsweise verstehen könnt und schreibt und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare was ihr davon haltet welche Ideen ihr vielleicht auch für die Funstreams habt welche Games wir zocken könnten und Co und ich weiß natürlich dass viele auch nur wegen dem EAFC Content auf meinem Kanal auch Abonnent geworden sind und ich kann auch verstehen wenn ihr sag ich mal mir virtuell jetzt den Rücken kehrt wie ich auch schon vorher gesagt habe aber ist natürlich auch okay aber ich freue mich natürlich auch auf die Leute die trotzdem dabei sind und die Reise sag ich mal weiter verfolgen Richtung New Age wenn ihr trotzdem die Reise auch unterstützen wollt dann könnt ihr gerne hier eine Donation da lassen wenn ihr generell die Message dieses Kanals noch feiert wo wir natürlich auch weiter hingehen werden dass wir World Impact kreieren können und mehr Liebe Motivation und Impact in die Welt raustragen können und zum Schluss sag ich dann wieder Welcome to the New Age